Hey Freunde, es ist wieder Philipp von Appenschnellen.de und in dem heutigen Video möchte ich euch erklären, was ein Channel Strip ist, was er macht und im speziellen Fall möchte ich das an dem Tegler Audio Channel Strip, VariTube Recording Channel Strip euch zeigen. Ich habe mir dieses Gerät selbst bestellt zum Testen, um mal zu gucken, ob ich damit noch mehr aus meinen Vocal Aufnahmen rausholen kann beziehungsweise auch im Mix nutze ich dieses Gerät, also bleibt auf jeden Fall dran. Bevor ich euch das erkläre, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, denn dort gibt es weitere Tipps, Tricks rund um die Themen Mixing, Mastering, Musikproduktion und auch inspirierende Bilder, Studio-Bilder, falls ihr gerade auf der Suche seid, wie ihr euer Studio einrichten sollt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei und falls ihr da irgendwie nochmal eine persönliche Frage habt zu Equipment, was ihr euch holen wollt oder so, dann schreibt mir dort gerne eine Nachricht aber auf jeden Fall immer zuerst folgen, dann antworte ich in der Regel schneller. Jetzt zum eigentlichen Thema, was ist in so einem Recording Channel oder einem Channel Strip allgemein erstmal drin? In der Regel könnt ihr euch das vorstellen wie bei den ganz großen Mischpulten, das ist ein Kanalzug, was man dann von oben nach unten sieht. Falls ihr mal sehen wollt, wie ein komplettes Mischpult aufgebaut ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, kann ich ein extra Video mal dazu machen. Aber was man da hat, man kann zunächst einmal einpegeln das Signal, was ihr aufnehmt, dann habt ihr in der Regel einen Equalizer, mit dem ihr schon gewisse Frequenzen rausziehen könnt bzw. auch boosten könnt und anschließend habt ihr eigentlich immer einen Kompressor drin. Hier bei diesem Gerät ist es so, wir haben hier erstmal zwei verschiedene Modi zum Einpegeln, dann haben wir hier die Equalizer Sektion und wir haben hier die Kompressor Sektion. Darauf gehe ich gleich nochmal speziell in diesem Detail ein. Also für wen ist überhaupt erstmal ein Channel Strip was? In der Regel ist es so, wenn ihr ein gutes Mikrofon habt oder wenn ihr überhaupt ein Mikrofon habt, mit dem ihr erstmal ansatzweise zufrieden seid, aber ihr irgendwie für gewisse Songs einfach nochmal eine andere Färbung haben wollt, dann ist der Channel Strip oder ein Channel Strip allgemein erstmal was für euch, weil mit diesem Gerät oder speziell mit Channel Strips könnt ihr eure Signale erstmal färben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ihr bekommt bei der Aufnahme selbst mehr Kontrolle, zum Beispiel durch den Equalizer, aber auch durch den Kompressor. Und das ist halt in der Regel ganz interessant, gerade wenn ihr sehr dynamische Aufnahmen habt. Bei Gesang ist das häufig der Fall, teilweise auch bei Rap, aber das ist nicht ganz so extrem. Aber gerade bei Gesang, wenn man wirklich leise Passagen hat und dann doch relativ stark und laut wird, ist es manchmal schwer, den Sound oder die Audioaufnahme gut einzufangen, weil es so große Pegelunterschiede gibt. Das kann auch immer ein Vorteil sein, wenn man doch schon mal 2-3 dB gegensteuert bei der Aufnahme. Wenn du dieses Gerät oder allgemeinen Channel Strip richtig einstellst, dann ist es so, wenn du aufnimmst, dass es schon eigentlich wie gemischt klingt, weil wie gesagt, das beinhaltet alle Basics, um einen guten Mix zu erzielen. Deswegen nutze ich dieses Gerät auch ganz gerne einfach, wenn ich nicht die Stimme unbedingt damit aufgenommen habe, sondern im Nachhinein im Programm selbst. Und dann nutze ich diesen Channel Strip einfach klassisch und booste die Frequenzen, nehme sie raus mit dem Equalizer, füge mit dem Gain zum Beispiel eine gewisse Verzerrung hinzu oder Röhrensättigung, einfach um das Signal anzufetten, zu verdichten nochmal und später dann auch nochmal mit dem Kompressor. Jetzt zeige ich euch mal im Detail, welche Einstellungsmöglichkeiten es jetzt hier speziell bei diesem Tegler Audio Manufaktur VariTube Recording Channel gibt. So, also jetzt gehen wir nochmal im Detail drauf ein, welche Einstellungsmöglichkeiten es hier gibt bei diesem Tegler Audio Manufaktur VariTube Recording Channel. Und so habt ihr hier erstmal in allererster Linie die Möglichkeit überhaupt, ja, einzupegeln mit dem Input Regler. Und in zweiter Instanz habt ihr hier den Gain Regler. Und da kann es sich empfehlen, wenn ihr das Signal relativ clean haben wollt, dass ihr nur mit dem Input hier reingeht. Ja, also wenn ihr das gar nicht färben wollt, dann lohnt es sich wirklich nur mit dem Input einzupegeln. Und wenn ihr dem Ganzen eine Röhrensättigung geben wollt, also das Ganze etwas wärmer, straffer machen wollt und so vielleicht so ein bisschen körniger auch vom Sound. Später gibt es nochmal Hörproben, da werdet ihr das Ganze dann nochmal richtig wahrnehmen können und hören können, was da passiert im Detail. Und dann könnt ihr hier Gain reindrehen. Umso stärker ihr hier mit reingeht, umso mehr fahrt ihr in die Röhre. Das kann dazu führen zum Beispiel, dass es extrem röhrig wird, was schon wieder dann zu viel ist, ja, weil es dann zu, ja, so einem gewissen Zerr-Sound kommt. Deswegen es empfiehlt sich in der Regel hier wirklich ein bisschen rumzutesten. Das kann gut klingen, wenn das hier auf voller Pulle drauf ist, aber man sollte hier auf jeden Fall immer ein bisschen rumtesten, welche Einstellungsmöglichkeiten sich überhaupt ergeben. Dann hier unten könnt ihr dann ein Line-Signal reinpacken oder Mic. Dementsprechend könnt ihr das hier umschalten auch. Und ja, dementsprechend habt ihr hinten aber auch nochmal die Möglichkeit, ein Instrument rauszuschicken, aber auch reinzuschicken. Und das ist dann ganz wichtig, wenn ihr das in der DAW als, ja, sozusagen als Plug-in, als Hardware-Plug-in nutzen wollt, dann könnt ihr hinten das dann dementsprechend konfigurieren. Dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, natürlich 48 Volt einzustellen, um Phantomspeisung, ganz wichtig. Ihr habt die Möglichkeit, einen Low-Cut zu setzen. Ich würde mit so einem Channel-Strip, wenn ihr allgemein damit aufnehmt, nie zu extreme Sachen probieren. Dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, die Phase zu drehen. Das macht jetzt, wenn ihr ein Monosignal aufnehmt, also wie die Stimme zum Beispiel, ist es jetzt nicht so relevant. Das wird relevant, wenn ihr dann vielleicht Drums aufnehmt. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Equalizer halt einzustellen oder auszustellen. Das bedeutet, ihr könnt also auch einfach nur den Preamp sozusagen nutzen und müsst gar nicht hier in den Equalizer, aber auch in den Kompressor gehen. Das könnt ihr dementsprechend alles ausstellen. Hier auch nochmal Vari-Tube Opto könnt ihr ausstellen. Kommen wir gleich zu, was das ist. Und ihr habt hier die Möglichkeit, dass ihr sagt, ja, ich möchte zuerst den Kompressor in dem Kanal hören und anschließend den Equalizer. Dann, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit, einen Vari-Tube-Kompressor einzustellen und einen Opto-Kompressor. Vari-Tube ist in der Regel relativ schnell, also nimmt relativ schnell die Transienten runter. Damit kriegt ihr natürlich ordentlich Kontrolle. Und Opto-Kompressor ist immer so ein bisschen träger und hat dann halt den Vorteil, dass es aber in der Regel musikalischer klingt. Ich muss wirklich sagen, der Vari-Tube-Kompressor hier, der gibt so eine richtig schöne kantige Note, also im besten Sinne, wie man das jetzt beschreiben kann. Und der Opto-Kompressor hält es hier wirklich schön smooth. Ihr habt hier nicht großartig viele Möglichkeiten, jetzt irgendwie ein Threshold oder Ratio zu bestimmen. Das ist alles vorgegeben. Ihr könnt nur den Einsatz des Kompressors hier oben über Compression regeln. Also umso höher der Regler gedreht wird, umso stärker ist die Komprimierung. Wie gesagt, das hören wir uns alles gleich nochmal im Detail an. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Fast, Slow und Auto einzustellen für den Kompressor, wie er reagieren soll. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade bei der Aufnahme selbst, würde ich immer eher auf Slow gehen, denn das beeinflusst das Signal nicht so extrem. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, umzuschalten, das macht jetzt nichts, weil hier nichts reingeht, mit dem VU-Meter abzuhören oder zu sehen, wie laut ist euer Signal durch den Preamp, wie laut ist es durch den EQ, wie stark wird euer Signal komprimiert und wie ist der Output. Also da könnt ihr euch dann richtig durchsteppen sozusagen und wisst dann immer genau, welcher Pegel, ja, wie stark ist. So, dann, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist hier oben zu erklären der Equalizer. Hier habt ihr die Möglichkeit, nämlich zweimal zu boosten. Und zwar einmal von 80 Hertz bis 1 Kilohertz könnt ihr, ja, bis zu 10 dB boosten. Dann habt ihr die Möglichkeit, zwischen 200 und 7 Kilohertz einen Cut zu setzen, beziehungsweise quasi das Signal, ja, in diesem Bereich dann abzudämpfen. Das ist ganz praktisch, gerade bei der Aufnahme auch schon. Und ihr könnt dem Ganzen auch nochmal einen Boost geben zwischen 1,5 bis 24 Kilohertz hoch. Also das sind erstmal die allgemeinen Erklärungen, was dieses Gerät beinhaltet, welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt. Und ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir einfach mal rein. und ich würde sagen, an dieser Stelle nehmen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist Mitternacht, ich geh die Straße entlang Und mit jedem Schritt kommen die Erinnerungen zurück Und mir wird klar, was alles war Und was ich alles hier hab Und ich liebe und hasse diese Es ist Mitternacht, ich geh die Straße entlang Und mit jedem Schritt kommen die Erinnerungen zurück Und mir wird klar, was alles war Und was ich alles hier hab Und ich liebe und hasse diese Es ist Mitternacht, ich geh die Straße entlang Und mit jedem Schritt kommen die Erinnerungen zurück Und mir wird klar, was alles war Und was ich alles hier hab Und ich liebe und hasse diese Es ist Mitternacht, ich geh die Straße entlang Und mit jedem Schritt kommen die Erinnerungen zurück Und mir wird klar, was alles war Und was ich alles hier hab Und ich liebe und hasse diese Es ist Mitternacht, ich geh die Straße entlang Und mit jedem Schritt kommen die Erinnerungen zurück Und mir wird klar, was alles war Und was ich alles hier hab Und ich liebe und hasse diese Es ist Mitternacht, ich geh die Straße entlang Und mit jedem Schritt kommen die Erinnerungen zurück Und mir wird klar, was alles war Und was ich alles hier hab Und ich liebe und hasse diese Es ist Mitternacht, ich geh die Straße entlang Und mit jedem Schritt kommen die Erinnerungen zurück Also kommen wir zu meinem Fazit vom Tegler Audio Manufaktur VariTube Recording Channel Ich muss wirklich sagen, es ist sehr vielseitig einsetzbar Natürlich ist es ein Equalizer drin, ist ein Kompressor drin Ist es eine Röhrensättigung drin Also vieles, was man auf jeden Fall im Mix benötigt Und ich muss sagen, dadurch, dass ich diesen auch selbst im Mix halt mit einsteuern kann Also durch die In- und Output zusätzlichen Hinten nochmal Wo ich das dann in meinen Signalweg in meiner DAW einstreuen kann Ist er für mich wirklich ein sehr cooles Gerät Hauptsächlich tatsächlich für den Kompressor, muss ich ehrlich sagen Denn gerade dieser VariTube Kompressor gibt so eine gewisse Ja, der gibt so einen gewissen Raum einfach dem ganzen Signal Gerade auf Stümpfe finde ich den super Allerdings auch die Höhen, der Höhen Equalizer Natürlich muss man sagen, ist das Gerät jetzt logischerweise ein Monogerät Das heißt, das geht jetzt nur mit einer Spur Man müsste oder man könnte sich ein zweites Gerät holen Und dann könnte man die auch linken Das heißt, dann würden die dann dementsprechend parallel synchron laufen Und dann könnte man auch Stereo-Signale bearbeiten Also wäre auch ganz interessant zum Beispiel für Subgruppen dementsprechend Es ist definitiv gerade auch für Leute, die jetzt mehrere Sänger aufnehmen Rapper aufnehmen, also mehrere Leute aufnehmen und nur ein Mikrofon zur Verfügung haben Ist das definitiv eine Überlegung wert, sich so einen Channelstrip zu holen Denn wie gesagt, man kann mit diesem Gerät extrem das Signal nochmal verändern Und den Charakter auch des Mikrofons verändern Bei manchen Mikrofonen, wie zum Beispiel dem Brauner jetzt, was ich auch habe Finde ich, ist es dann natürlich, ist es relativ stark, dieser Eingriff Gerade wenn man mit dem Gain arbeitet Aber es liegt weniger an dem Channelstrip als an dem Mikrofon selbst Weil das schon sehr stark vorbearbeitet ist, nenne ich es jetzt mal Im Gegensatz dazu, das Neumann TLM 49, was ich habe Profitiert nochmal stark von diesem Tegler Audio Manufaktur Recording Channel Und wie gesagt, ich muss sagen, für diesen Preis ist es, ja, meiner Meinung nach Wenn man jetzt überlegt, sich so ein, ja, Preamp auch zu holen Beziehungsweise sich ein Channelstrip überlegt zu holen Ist das für mich, um ehrlich zu sein, auch dann wahrscheinlich mit in der engsten Auswahl, die es geben kann Denn preistechnisch, muss ich sagen, wenn ich mir andere Sachen angucke mit diesem Umfang Sind in der Regel deutlich teurer Mit dieser Qualität auch Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen Also wer sich wirklich überlegt, gerade einen Channelstrip zu holen Die Sache ist auch die Wenn ihr gerade auch ein günstigeres Mikrofon habt Kann dieser Channelstrip auch euer günstiges Mikrofon höherwertiger klingen lassen Allerdings muss ich da auch sagen, würde ich mir immer erstmal Ein besser klingendes Mikrofon holen Als dann irgendwie zusätzliche Hardware Also wenn man jetzt ein 200 Euro Mikrofon hat Und ein 2000 Euro Channelstrip Dann wird das Mikrofon definitiv davon profitieren Aber meiner Meinung nach ist das nicht der richtige Schritt Sondern ihr solltet erstmal, wenn ihr jetzt ein Mikrofon in einer ähnlichen Preisklasse habt Beziehungsweise ja so ab 1000 Euro vielleicht ein Mikrofon habt Dann könnt ihr euch wirklich überlegen Hier nochmal einen Channelstrip zu investieren Und dann die nötige Färbung da noch rein zu bekommen Um mehr Abwechslung zu kreieren Denn natürlich ein weiteres Mikrofon wäre mindestens genauso teuer Und dann habt ihr nicht ganz so viele Möglichkeiten Wie ihr hier nochmal mit so einem Channelstrip habt Also ich hoffe, das war hilfreich für euch Die Beispiele haben euch gut gefallen Beziehungsweise haben euch weitergeholfen Vielleicht auch, wenn ihr gerade bei der Entscheidung steht Ob ihr euch dieses Gerät oder ein ähnliches Gerät holt Also ich würde mich extrem freuen, wenn das so ist Zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben Ansonsten, falls ihr mir noch nicht folgt Sollt ihr das auf jeden Fall tun Und Glocke aktivieren Dann wirst du über jedes meiner neuen Videos informiert Und wenn du dich weiter für Mixing, Mastering und Produktionstipps interessierst Dann solltest du meinen Instagram-Channel auschecken Da kannst du mir auch nochmal eine private Nachricht schicken Wenn du Fragen hast zu weiteren Equipment Welches du dir holen sollst Wenn du gerade dabei bist, dein Homestudio einzurichten Schreib mir da gerne, aber wie gesagt Auf jeden Fall immer zuerst folgen Dann antworte ich in der Regel schneller Und ein ganz besonderer Hinweis Wenn du meine besten Mixing-Tipps haben willst Dann kannst du die in Form eines Newsletters bekommen Ja, den verlinke ich einmal hier unten in der Beschreibung Einmal hier oben im Video Und ja, wenn du dich da einträgst Mit deiner E-Mail-Adresse bekommst du am Anfang gleich Meine fünf besten Mixing-Tipps auf einmal Und anschließend wöchentlich Ein weiterer Mixing-Tipp obendrauf Also ich hoffe, das ist interessant für dich Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du dabei bist Kannst dich natürlich jederzeit auch wieder abmelden Falls dir das nix bringt Oder du die Tipps alle schon kennst Oder sonstiges Gar kein Problem Also sei auf jeden Fall dabei Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal Ich bin Philipp von abmischenlern.de Ciao